Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, eigentlich wollte ich auf meinem Kanal das Format vegan jedoch weitermachen. Das Ding ist, wie ich schon erwähnt habe, es ist schwierig momentan Leute zu finden, die drehen wollen. Deshalb habe ich mir überlegt, da 2021 der Kanal wieder belebt werden soll. Und ich verspreche natürlich an dieser Stelle nichts, denn ich war oft genug schon aktiv, inaktiv und ich glaube jeder der was mich länger verfolgt kennt das. De facto ist es so, habe ich mir überlegt, dass ich auf vegane Videos reagiere. Dazu habe ich mir heute mal ein Video rausgesucht und zwar das beste vegane Betty. Dann würde ich sagen, starten wir auch schon mal rein in das Ganze. Video und heute werde ich den besten veganen Burger-Patty küren. Der Burger ist für mich so ein bisschen der heilige Gral, wenn ich Burger esse, dann muss das was richtig Besonderes sein. Dementsprechend muss es auch richtig, richtig gut schmecken. Ja gut, da muss ich ihm recht geben, das ist bei mir auch so. Denn ich habe, bevor ich vegan war, schon Burger gelebt und lieb es ehrlich gesagt noch immer. Und das muss einfach geil schmecken. Und das ist auch der Grund, wieso man sich das jetzt anschauen. Ich habe gestern schon einen veganen Burger-Patty gegessen und muss sagen, der war nur okay. Und deshalb habe ich für mich jetzt die Challenge gestellt. Ich werde jetzt hier alle Geschäfte einmal abklappern und für mich den perfekten Burger-Patty küren. Let's go, wir gehen einkaufen. Okay, das Einkaufen müssen wir uns jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt anschauen. Das überspringen wir jetzt mal, würde ich sagen. Und hier geht es dann mit Tibetis los. Es schneit, Leute. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Wir haben ganz, ganz viele Burger gesucht und gefunden. Wir waren wirklich hier rund in der Umgebung, wirklich überall und haben alles eingesammelt, was nur den Anschein macht, ein veganer Burger sein zu können. Und da schaut einfach mal vorbei. Wir haben eins, zwei... Also ich muss sagen, den Rübenwalder Mühle-Patty habe ich probiert, den von Iglo habe ich probiert, den Gartengourmet habe ich probiert, den von Lidl habe ich probiert, die anderen zwei jetzt nicht. Aber mir persönlich, also meine persönliche Meinung ist, dass der Gartengourmet am besten schmeckt von dem, was er jetzt hier hat. Die anderen kann ich nicht sagen, die habe ich nicht probiert. Das Ding ist nur, dieser Gartengourmet ist vom Nestle. Und das ist halt einfach die Frage, ob man sich wirklich als Veganer einen Nestle-Burger reinziehen soll. Naja, egal. Lass uns weiter schauen. Vorbei, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf verschiedene Burger-Varianten. Heißt, wir haben wirklich eine gute Chance, heute herauszufinden, welcher für meinen Geschmack die Nummer eins ist. Und das auch noch auf dem Grill. Auf dem Grill. Auf dem Grill ist nice. Aber da spalten sich auch wieder die Meinungen. Ich persönlich finde, dass ein Holzgrill einfach das Non-Plus-Ultra ist. Wenn ich grille, dann wirklich auf dem Holzgrill. Alles andere ist, naja, langweilig, finde ich. Aber ja, lass uns weiter schauen. Wir grillen. Der hat einen Gasgrill. Geil. Da sind sie, die Burger. Ich habe uns das hier einfach mal aufgebaut, damit wir natürlich auch im Nachhinein wiederfinden, welcher Burger war eigentlich welcher. Hier seht ihr genau die Reihenfolge, die jetzt hier auch auf unserem Backblech liegt. Die gehen jetzt allesamt auf den Grill. Und dann kommt der große Geschmackstest. Da muss ich natürlich dazu sagen, dass es mir wirklich um den Geschmack geht. Also es soll wirklich einfach nur dem Burger so ähnlich wie möglich sein. Dem herkömmlichen, sag ich mal, Rindfleisch-Burger. Ja gut, das ist halt auch so. Ich sage, das ist so ein Thema. Ich sage, da mache ich auch Abstriche. Von Geschmack, dass es den Rindfleisch-Burger ähnlich ist. Viele sagen, hey, du lebst vegan. Wieso musst du dann was essen? Was wie Rind schmeckt? Fuck. Es ist einfach der Geschmack und das vermisst man auch einfach irgendwo. Und da ist halt so ein veganer Burger eine richtig geile Alternative, da bin ich der Meinung. Und ja. Und ich gucke dabei jetzt nicht rosalig auf die Nährwerte, auch wenn ich das danach natürlich gerne mal mache. Das Ding ist, was ich dazu sagen möchte, diese Burger, die sind unterschiedlich gelagert teilweise. Das heißt, ich weiß, dass der eine von Iglo in Tiefkühler gelagert ist. Das heißt, man muss die wirklich teilweise, wenn sie tiefgekühlt sind, vorher auftauen lassen, sonst sind die halt die ganz doof, wenn man sie auf den Griller haut. Das möchte ich nur mal so kurz einwerfen. Leute, Essen ist angerichtet. Es ist echt kalt draußen. Deshalb sollte ich mich beeilen, dass ich die noch einigermaßen warm essen kann. Ich habe hier vor mir liegen, was was ist. Falls ihr euch gefragt habt, ey, warum ist hier eigentlich gar keine Verpackung mehr dran. Das ist Beyond Meat. Das ist wirklich ein Patty, den ich noch nie probiert habe. Beyond Meat. Also, das wäre mal interessant zu probieren. Definitiv. Leute, ich fange an zu probieren. Ganz, ganz kurzes Feedback immer und dann erstelle ich eine Platzierung. In dem Sinne auf euch fresh ab. Bestes Koffeingetränk aller Zeiten, warm und kalt genießbar. Erster Link in der Beschreibung. Schönen Product Placement reingekaut, ne? Definitiv. YouTube halt, ne? Fangen wir direkt mit dem Favoriten von euch an. Beyond Meat. Das Ding überrascht mich direkt, ne? Also, ist wirklich geil. Weiter geht's mit Green Custle von Iglo. Ah, das ist auch von Iglo. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, Iglo hat mehrere Unterfirmen und ja, ist ganz interessant. Also, da gehören sehr viel dazu. Gehören sehr viel dazu. Nicht der grüne Cousin, Freunde. Green Cuisine. Was heißt das? Küche. Okay. Lassen wir mal so stehen. Ist jetzt nicht schlecht, aber nicht besser als Beyond Meat. Also, haben wir einmal die Nr. 1 und wir haben die Nr. 2 bisher. Weiter geht mit Next Level Burger von Lidl. Den habe ich probiert. Das ist der ekelhafteste Burger, den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Wirklich, ich habe da reingebissen und habe das Teil in die Tornen gekauft. Das ist wirklich, meinem Geschmack nach, das ekelhafteste, was es gibt. Wirklich. Teilt sich den zweiten Platz im Moment. Jetzt geht weiter mit Garden Gourmet. Der, das ist, das ist, soweit ich weiß, der von Nestle. Der ist von Nestle, ist mega geil, aber ja, Nestle halt, ne. Das ist halt so ein Thema. Würde ich auf den zweiten Platz schieben. Wir haben hier Fantastic Burger. Fantastic Burger. Uh, ne. Sorry, Bro, aber du bist im Moment auf dem letzten Platz. Wir haben hier den veganen Mühl Burger. Den habe ich auch schon probiert und der ist wirklich geil, muss ich sagen. Also, das Rind erkenne ich jetzt hier raus nicht ganz. Ich würde ihn auf eine Ebene mit Next Level Burger und Green Cuisine schieben. Es geht weiter mit einem vegetarischen Burger. Nicht vegan, also fällt der eigentlich aus der Welt. Der fällt raus, über den reden wir gar nicht. Den haben wir, glaube ich, bei Netto gefunden. Schmeckt nicht schlecht, ist aber nur vegetarisch. Dementsprechend muss der eigentlich aus der Wertung fallen. Ist ja kein veganer Burger, ne. Ist aber, würde ich auch hier auf die Dreier-Ebene schieben. Weiter geht's mit Just Burger, No Meat. Schwierig, ganz schwierig. Ich muss jetzt langsam hier mal so eine kleine Struktur reinbringen. Also, ich würde Green Cuisine unter Next Level schieben. Zusammen mit Just Burger und dem, der ist raus. Weiter geht's mit dem Fan Burger. Es ist das Traurige. Es gibt da noch einen Burger, den ich im Moment immer esse. Das ist meiner Meinung nach der geilste. Da mache ich noch eventuell mal ein Video dazu. Oder beziehungsweise ich werde den nachher einfach mal einblenden. Soll jetzt keine Werbung oder so sein. Aber das ist für mich persönlich der beste Burger von allen, was ich bis jetzt probiert habe. Das hat nichts mit dem Burger zu tun. Ne, sorry bro, that is nix. Das Geile ist, es gibt halt echt gewisse Marken und Hersteller, wo du einfach reinbeißt und so richtig das Soja oder so rausschmeckst. Also, nicht alles ist wirklich nah an einem Burger dran, was man so zu kaufen bekommt. Nummero 10 ist der Pee Burger. Schmeckt nicht schlecht, hat aber definitiv einen sehr starken Eigengeschmack. Ja, das ist das Ding. Erbsen Burger habe ich schon mehrfach probiert. Die haben einen sehr intensiven Eigengeschmack. Dadurch geht das ganze Burger-Erlebnis komplett flöten. Ist auch meine Meinung. Den habe ich nicht probiert, aber eine andere Marke, was auch auf Erbsen ist und generell mehrere Burger, die was auf Erbsenbasis sind, das funktioniert nicht. Weil die Erbse halt zu intensiv im Geschmack ist. Was jetzt nicht heißt, dass es schlecht ist, denn ich persönlich esse Erbsen ziemlich gerne. Das Ding ist nur, wenn man Burger will, dann will man halt diesen typischen Burger-Geschmack und nicht einen Erbsengeschmack. Da mache ich mir dann lieber Erbsen alleine. Wisst ihr, was ich meine? Konsistenz gefällt mir, von bisher auch, weil der Eigengeschmack ist sehr speziell. Da wird man nicht unbedingt an den Standard-Burger denken. Sensational-Burger von Garn Gourmet ebenfalls. Ja, das ist auch wieder Nestle. Den habe ich auch probiert. Ist auch mega geil, aber das Ding ist, es ist halt Nestle. Und ich weiß nicht, wer das so verfolgt, aber Nestle ist jetzt nicht gerade die Firma, die man großartig als Veganer unterstützen sollte. Der ist nichts. Krass, krass, wirklich. Ich finde den, ich finde den von Geschmack her richtig geil. Der hat uns so tief eingeordnet. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Der hat einen sehr krassen Eigengeschmack. Und da finde ich diesen Eigengeschmack noch angenehmer als den. Kommen wir zu guter Letzt zum Wallis Burger. Auch nur vegetarisch. Gut, ist aus der Raiting geflogen, würde ich sagen. Aber müssen wir wieder aus der Wertung rausnehmen. Für vegetarisch auf einer Stufe ungefähr mit Gartengourmet. Jo, Freunde, lasst uns ganz kurz das Video beenden. Ich habe wirklich einfach, natürlich ist es Geschmackssache immer, aber ich habe so, sag ich mal, das verglichen. Wie schmeckt für mich ein normaler Fleischburger, kommt er vom Geschmack dem sehr nah. Und da muss ich wirklich sagen, also das Ding Beyond Meat, absolute, unangefochtene, Nr. 1. Ich kann es nicht unterstreichen. Ich habe es auch noch nie probiert. Aber ich habe da eine Alternative, die ich euch gleich, wenn das Video vorbei ist, oben einblende und ein bisschen drüber rede. Die gibt es jetzt auch neu über den Interspar. Es ist an dieser Stelle kein Product Placement. Aber schauen wir uns mal seine Wertung raus. Ich würde auch sagen, egal ob ich jetzt einen Fleischburger esse oder jetzt hier so einen veganen Burger, da würde ich wirklich auf das Ding zurückgreifen. Nr. 2 ist für mich der Gartengourmet in Verbindung mit dem Valesk Burger, aber der ist halt nur vegetarisch und kein veganer Burger. Auf Platz Nr. 3 würde ich schon fast sagen, könnte man den Next Level Burger platzieren. Alter, nee, nee. Wie kann man den auf Platz 3 machen? Das ist der ekelhafteste Burger, den ich hier gegessen habe. Aber okay, ist deiner Sache. Ich würde den auf den letzten Platz nehmen. Aber die Unterschiede zwischen Platz 1 und Platz Nr. 3 sind wirklich Welten für mich. Also das sind wirklich absolute Welten. Danach kommt dann der Spaß. Vielleicht könnte man das auch alles hier auf eine Stufe, sag ich mal, bringen, dass das hier den dritten Platz sich teilt. Aber also die Unterschiede zwischen den Bürgern sind extravagant. Also wirklich extravagant. Leute, testet es selbst. Ja, das werden wir definitiv machen. Allerdings werde ich ein paar andere Burger mal dazu machen. Vielleicht mache ich da ein extra Video. Schreibt es mir in die Kommentare. Soll ich mal ein Betty Burger Test Video machen? Habt ihr da Bock drauf? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Ich würde natürlich die verwenden, was ich persönlich am liebsten mag. Und ja. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was sind eure Erfahrungen? Was ist für euch der beste vegane Burger? Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Video einen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns im nächsten Videosports, Freunde. Bis bald, euer Kai. Haut rein. Danke Kai, das war sehr interessant. Ja, jetzt möchte ich euch ganz kurz noch den Burger einblenden, den ich angesprochen habe. Und zwar handelt es sich da um den Plenty of Burger. Das ist ein ziemlich neues Produkt, eine ziemlich neue Firma und ist jetzt aktuell beim Interspar. Und das ist für mich einfach der geilste Burger Betty, den ich je probiert habe. Vor allen Dingen ist er natürlich. Ich habe Beyond Meat noch nie probiert, muss ich gestehen. Das Ding ist nur, Beyond Meat hat halt echt extremst viel Chemiekrafel drin, auf gut Deutsch gesagt. Und das Ding hat es eben nicht. Naja, wie denn immer auf sei, das war meine Reaction auf die besten Burger 2021. Mit meiner persönlichen Meinung dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.